Der Vorstand entscheidet mehrheitlich und die anderen Mitglieder haben sich einstimmig für die Übernahme der Kosten entschieden. Herr Dr. Heimann, wir stoppen den Betrag, der bei dem Crowdfunding zusammenkommt, auf. Wenn Sie wollen, entlassen wir Sie aus dem Vorstand, um das Problem zu lösen. Dr. Contano könnte künftig Ihre Position einnehmen. Das wäre doch eine vernünftige Lösung für alle Seiten. Die Zeit drängt, erst recht nach dem, was Sie mir jetzt gleich noch zu sagen haben. Frau Rischke, die Punktion hat ergeben, dass Sie nur eine harmlose Zyste haben, die keiner weiteren Behandlung bedarf. Vielen Dank! Vielen Dank.